Nutzer, die von Windows auf Linux wechseln, stellen ziemlich schnell fest, dass der Grundaufbau eines Linux-Betriebssystems deutlich sich dem von Windows unterscheidet. Zum Beispiel sucht man bei Linux vergeblich nach einer Registry oder einer Registrierdatenbank. Auch so etwas wie ein Gerätemanager, um Treiber zu installieren, wird man unter Linux in der Form nicht finden. Das liegt an der Philosophie von Linux, nämlich Everything is a File. Alles ist eine Datei. Das bedeutet, dass unter Linux jeder Prozess und jedes Gerät als Datei angezeigt wird. Und dies nennt man Datenströme oder Byte-Ströme. Das hat den Vorteil, dass jedes Tool, welches man unter Linux verwendet oder jedes kleine Programm, quasi Zugriff auf jeden Prozess und jedes Gerät hat und diese wie eine Datei auch behandeln kann. Das macht Linux eben so besonders. In diesem Video schauen wir uns an, wie die Verzeichnisstruktur unter Linux aufgebaut ist und was die einzelnen Verzeichnisse bedeuten. Also, schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hier ist wieder so ein Typ im Internet und heute schauen wir uns mal die Verzeichnisstruktur in einem Linux-Betriebssystem an. Ich habe mir hier ein Mint Linux mal installiert und schauen uns mal an, wie die Dateistruktur bzw. die Verzeichnisstruktur in einem Linux-Mint so aufgebaut ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Datei- oder Verzeichnissysteme bei so ziemlich jedem Linux-System fast gleich ist. Bis auf ein paar kleinere Unterschiede gibt es aber fast überall dieselben Ordner. Das liegt daran, dass es hierfür seit jeher einen Standard gibt, und zwar den File-System-Hierarchy-Standard. Dieser legt genau fest, welche Ordner wo zu sein haben und für was sie zu benutzen sind. Diesen Standard gibt es seit 1994. Wenn man einen Dateimanager öffnet, befindet man sich automatisch in seinem Heimverzeichnis. Hier oben Home, Typ in dem Falle. Und innerhalb dieses Verzeichnisses liegen sämtliche Dateien und Ordner, die man auch selber angelegt hat. Oder hier wie in dem Falle Bilder, Dokumente, Downloads, die von der Betriebssystem-Installation schon vorgegeben sind. Um auf die oberste Verzeichnisebene zu kommen, öffnet man einfach den Dateimanager seines Vertrauens und klickt dann hier einfach auf Pfeil nach oben, solange bis nur noch ein Schrägstrich zu sehen ist. Der Schrägstrich selber deutet an, dass man sich hier auf der höchsten Ebene befindet. Das Ganze kann man auch in einem Terminal erreichen. Wenn ich mich also hier im Terminal befinde, dann gehe ich einfach auf CD und dann Schrägstrich. Und dann befinde ich mich im Wurzelverzeichnis. Mit LS-LA kann ich mir den kompletten Inhalt dieses Wurzelverzeichnisses anschauen. In dem Falle jetzt hier wirklich genau dasselbe, was jetzt hier rechts zu sehen ist. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Darf ich in dieses Wurzelverzeichnis überhaupt irgendwas reinschreiben? Die Antwort ist ganz klar, ja. Aber es ist absolut nicht zu empfehlen, hier in das Wurzelverzeichnis irgendwelche Ordner anzulegen oder irgendwelche Dateien abzulegen. Wenn du also persönliche Dateien oder eigene Ordner erstellen willst, so nutze einfach dein Heimverzeichnis. Hier kannst du dich dann austoben. Fangen wir an mit dem ersten Ordner und wir arbeiten uns einfach von oben nach unten durch. Der erste Ordner, den wir hier haben, ist der Ordner BIN. BIN enthält alle Befehle und Programme, die für die Funktion des Betriebssystems notwendig sind und die keine grafische Benutzeroberfläche benötigen. Der File System Hierarchy Standard legt außerdem fest, dass sich im BIN-Verzeichnis kein Unterordner befinden darf. Eine kleine Ausnahme ist hier der X11-Ordner, der allerdings auch nur eine symbolische Verlinkung ist und auf sich selber verlinkt. Der nächste Ordner ist der Ordner BOOT. Dieser Ordner wird als allererstes beim Hochfahren des Betriebssystems aufgerufen. Hier im BOOT-Verzeichnis befinden sich zum Beispiel die Linux-Headers, genauso wie das Programm GRUB. GRUB kennen wir schon. Das ist das, was als erstes gestartet wird, noch bevor das Betriebssystem gestartet wird, wo ich ganz zu Beginn, nach dem Einschalten des Rechners, auswählen kann, welches Betriebssystem ich starten möchte. Als nächstes haben wir hier CD-ROM. CD-ROM bildet hier bei Linux Mint eine kleine Ausnahme, denn normalerweise werden CD-ROM-Laufwerke und andere Media-Laufwerke in Media eingebunden. Hier ist es aber auch möglich, das CD-ROM-Laufwerk direkt in einen eigenen Ordner namens CD-ROM einzubinden. Das ist freiwillig und quasi nicht vom Hierarchiestandard festgelegt. Der nächste Ordner ist DEV. DEV steht hier für Devices, also Geräte. Hier unter DEV sind sämtliche Hardware-Schnittstellen aufgelistet, und zwar so, wie es sich für Unix gehört, als Datei. Hier finden wir zum Beispiel auch die Festplatte SDA und die dazugehörigen Partitionen SDA1 und SDA2. Das bedeutet, ich kann ganz normal mit den regulären Unix-Tools in der Konsole auch diese Partitionen als solche ansprechen. Zum Beispiel, um eine Partition in einen bestimmten Ordner oder einen anderen bestimmten Ort hineinzuhängen oder hineinzumounten. Des Weiteren werden auch hier immer wieder automatisch dann neue kleine Dateien angezeigt, zum Beispiel, wenn ich einen Game Controller anschließe an meinen Rechner, wird dieser hier ebenfalls angezeigt. Und dann kann ich diese Datei quasi dann ansprechen von dem Game Controller, um zum Beispiel einen Treiber zuzuweisen oder selber auch zu schreiben. Eine kleine Besonderheit in diesem Ordner DEV möchte ich noch drei Dateien widmen. Zum einen die Datei DEV0. In die Datei DEV0 kann alles reingeschrieben werden, ohne dass es gespeichert wird. Es wird also alles verworfen. Wozu ist das notwendig? Nun, es gibt durchaus einige Konsolenprogramme, die beim Ausführen halt eine spezielle Ausgabe haben, die aber ungewünscht ist. Das können zum Beispiel Warnmeldungen sein, die sich nicht abschalten lassen. Und damit diese zum Beispiel nicht in der Konsole angezeigt werden, kann ich die Ausgabe dieser Warnmeldungen nach DEV0 einfach umleiten, ohne dass irgendwo Speicher hingeschrieben wird. Dafür ist DEV0 zuständig. Das Gegenstück dazu ist DEV0. Hier unten. DEV0 erstellt Nullen. Einfach nur Nullen. Sogenannte Nullbytes. Und zwar in beliebiger Menge. Können hier ausgelesen werden. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn ich virtuelle Laufwerke oder Images erstelle, die erstmal noch keinen Inhalt haben, aber schon eine feste Größe brauchen. Und die müssen dann mit Nullen aufgefüllt werden. Und wo kann ich diese Nullen herkriegen? Ganz einfach. Die lese ich einfach auf DEV0 aus. Und kann sie zum Beispiel in eine Imagedatei reinschreiben. Und eine dritte Datei, die ich noch erwähnenswert finde, ist die Datei RANDOM. RANDOM ist quasi sowas wie ein Hardware-Zufallsgenerator. Das heißt, ich kann mit RANDOM oder auch URANDOM, also mit einem U davor, gibt es hier auch noch, zufällige Zahlen ausgeben lassen. Als nächstes haben wir den Ordner ETC. ETC steht ursprünglich für etc. Mittlerweile wird es aber auch als Additable Text Configuration, also änderbare Textkonfiguration, übersetzt oder abgekürzt. Hier in diesem Ordner befinden sich von allen Tools und Programmen die Konfigurationsdateien oder auch Konfigurationsvorlagen und Templates. Nicht nur von den installierten Programmen, sondern auch die Konfigurationsdateien für das gesamte Betriebssystem. Wenn man allerdings Programme konfigurieren möchte, die wirklich nur für mich, also für diesen Nutzer, in dem Falle hier Nutzertyp gelten soll, dann kann man auch ganz einfach in den Ordner, in den eigenen Home-Ordner gehen. Das machen wir mal schnell. Gehen wir mal hier unter persönlicher Ordner und dann gibt es die versteckten Dateien, das sind die mit dem Punkt davor und dann kann ich auch hier unter .config eigene Konfigurationsdateien eben für spezielle Programme anlegen, die ausschließlich nur meinem Nutzer gelten. Die gelten dann wirklich nur für mich und andere Nutzer, die sich in dem System anmelden, die sind dann davon nicht betroffen. Das heißt, wenn du etwas konfigurieren möchtest, wie zum Beispiel den Bildschirmhintergrund oder die Farbe der Symbole, dann werden die Konfigurationen sinnvollerweise hier drin gespeichert, im Home-Typ-Config-Ordner und nicht im ETC-Ordner. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Ordner, das ist der Ordner Home. Home ist noch relativ neu, der ist recht spät, erst Ende der 90er-Jahren hinzugekommen, denn ursprünglicherweise wurden die Benutzer im Ordner USR, also User, gespeichert. Das hat man dann aber irgendwann geändert, da der Home-Ordner oft auch auf einer anderen Partition liegen kann. Das macht natürlich Sinn beim Zurücksetzen von Systemen, von Betriebssystemen, ohne dass die eigenen Dateien dabei irgendwie beeinträchtigt werden. Hier in diesem Ordner werden automatisch bei Erstellung eines neuen Nutzers der jeweilige Nutzer-Ordner angezeigt und jeder Nutzer hat seinen eigenen Benutzernamen auch als Gruppe zugewiesen. Und so kann man nur als Mitglied seiner eigenen Gruppe auf seinen eigenen Ordner zugreifen. Der Zugriff auf den anderen, auf die anderen Ordner sind dann automatisch verwehrt. Und als nächstes haben wir die lib-Ordner. Hier in diesem Falle unter Linux Mint gibt es vier Stück, einmal lib, lib32, 64 und x32. Hier werden Bibliotheken abgespeichert. Bibliotheken sind sinnvollerweise notwendig, damit verschiedene Programme auf ein und dieselbe Bibliothek, also Datensätze zugreifen können. Als kleines Beispiel ist die Oberfläche, die Desktop-Oberfläche selber. Ich habe zum Beispiel hier im Dateimanager, habe ich hier oben auch diese schönen Button und diesen, ja ich sage mal diesen Rahmen, diesen optischen Rahmen. Und hier beim Terminal, obwohl das Terminal ja ein komplett anderes eigenes Programm ist, habe ich ebenfalls die gleichen, den gleichen schönen Rahmen mit der Beschriftung oben und die gleichen Knöpfe. Und das liegt daran, dass beide Programme auf ein und dieselbe Bibliothek zugreifen. Der nächste Ordner ist Lost and Found. Der Lost and Found Ordner ist ein Hilfsordner, der bei einer misslungenen Datenrettung dann verlorengegangene Dateifragmente quasi auffängt. Und so hat man die Möglichkeit, dann die Datenrettung einfach noch einmal zu starten und die Datenfragmente aus dem Lost and Found Ordner wieder zu verwenden. Grundsätzlich ist dieser Ordner allerdings unsichtbar. Mit STRG H kann man diesen hier unter Linux Mint ein- oder ausblenden. Der Media Ordner ist unter den Ubuntu-Betriebssystemen beziehungsweise auch unter Debian der Ordner, wo die CD-ROM-Laufwerke, aber auch gegebenenfalls Diskettenlaufwerke und USB-Sticks eingebunden werden und gemountet werden, wie man so schön sagt. Das hat hier unter Linux Mint beziehungsweise über Ubuntu den Vorteil, alle Geräte, die hier eingehängt sind unter Media, werden dann hier an der Seite auch automatisch angezeigt beziehungsweise, wenn man es aktiviert hat, auch auf dem Desktop eine Verknüpfung erscheint. MNT. MNT ist das Mount-Verzeichnis. Der Ordner MNT ist im Prinzip ähnlich wie bei Media. Man kann hier systemfremde Partitionen temporär einhängen, um diese dann zum Beispiel zu benutzen. Anders als bei dem Media Ordner werden hier keine Verlinkungen dann angezeigt, einmal weder hier noch auf dem Desktop. Der nächste Ordner ist Opt. Opt steht für optional und ist gedacht für Programme, die man manuell selber installiert und ihre eigenen Bibliotheken mitbringen, nämlich die Bibliotheken, die nicht zur Distribution selber gehören. Somit sind sie ein bisschen vom gesamten Rest des Systems abgeschirmt. Ansonsten gibt es noch einen anderen Speicherort für selbst erstellte Programme, und zwar unter USR Local. Da gucken wir aber gleich noch rein. PROC und SYS. PROC und SYS sind zwei sehr besondere Ordner, denn wenn wir hier drüben mal im Terminal schnell reinschauen, unter PROC und SYS, hier und hier, stellen wir fest, dass beide hier mit 0 Byte dargestellt sind, als wenn diese Ordner quasi gar nicht existieren. Hm. Das liegt daran, dass es sich bei PROC und SYS um sogenannte virtuelle Dateisysteme handelt, die hier als, ja, Ordner eben nur dargestellt werden. Hier werden Kernel-Versionen, CPU-Info zwischengespeichert, aber auch Swap-Speicher-Informationen und sämtliche Prozesse von laufenden Programmen. Diese Prozesse bekommen hier alle eine eigene Nummer und das sind dann die, die dann einfach laufen. Hier in diesem Prozessordner kann ich nur empfehlen, sollte man nicht rumfuhrwerken, wenn man nicht genau weiß, was man tut. SYS ist ebenfalls ähnlich wie PROC, nur dass hier systemrelevante Sachen geladen sind, auf die der Kernel nachher zugreift oder das Betriebssystem. Als nächstes haben wir den Ordner ROOT. ROOT ist quasi das Heimverzeichnis des Benutzers ROOT und dieser liegt auch im Wurzelverzeichnis des gesamten Betriebssystems und nicht im Home-Verzeichnis. Das liegt daran, dass das Home-Verzeichnis selber auf einer anderen Partition liegen kann und sollte das System mal ohne die Home-Partition starten, dann würde ja der Nutzer ROOT kein eigenes Heimverzeichnis mehr haben und das ist systemseitig nicht möglich und deswegen befindet sich der Administrator-Account immer direkt auf dem Wurzelverzeichnis. Dieser ROOT-Ordner unterscheidet sich nicht vom herkömmlichen Home-Verzeichnis. Hier kann der Nutzer ROOT, der Administrator, auch eigene Vorlagen und so weiter abspeichern, die er für die Administration des Systems durchaus gebrauchen kann. Der Ordner ROOT ist relativ neu und ist erst im März 2011 eingeführt worden und zwar von Fedora. Die Entwickler von Fedora haben angekündigt, zukünftig den Ordner ROOT immer im Wurzelverzeichnis mitzuführen, um folgendes Problem zu lösen. Normalerweise ist der Ordner ROOT unter VAR ROOT zu finden. Hier, dieser ist jetzt mittlerweile nur noch verlinkt. Allerdings sind im Ordner ROOT durchaus Dateien und Prozesse reingeschrieben, die noch beim Bootvorgang benötigt werden und der WAR-Ordner kann durchaus auf einer fremden Partition liegen und diese Partition kann durchaus passieren, dass diese nicht immer gleich beim Bootvorgang sofort mit eingebunden ist und da hatte Fedora die Idee, diesen ROOT-Ordner einfach in das ROOT-Verzeichnis zu packen. Mehrere Linux-Distributionen haben dies dann unterstützt und auch übernommen, so wie hier zum Beispiel Linux Mint und Ubuntu und der Ordner RUN wird nun mittlerweile auch vom File System Hierarchy Standard verlangt. Es ist also mittlerweile Pflicht, diesen Ordner im Wurzelverzeichnis zu haben. Im Ordner RUN selber befinden sich Programme und Dateien, die zur Laufzeit ausgeführt werden. Der nächste Ordner ist SBIN. Dieser enthält quasi fast dasselbe wie der normale BIN-Ordner, nur mit dem Unterschied, dass hier die System-Binaries, das bedeutet nämlich SBIN, nur vom Super-User ausgeführt werden können. Also man braucht hier tatsächlich ROOT-Rechte, um diese ganzen BINARIES hier auszuführen. Neben den regulären Anwendungen, die wir gerade in einer Konsole schon mal gesehen haben, können hier noch andere weitere Tools drin sein, die ausschließlich mit Super-User-Rechten zu bedienen sind, wie zum Beispiel der Shutdown-Befehl, aber auch Dateisystem-Befehle oder Kernel-Modul-Befehle, die ausschließlich mit Super-User-Rechten oder System-Verwaltungs-Rechten zu bedienen sind. SRV. SRV ist ein Ordner, der unter Ubuntu-Betriebssystemen in der Regel leer ist. Hier ist die Verzeichnisstruktur auch bisher noch nicht wirklich spezifiziert und dieser Ordner soll Daten erhalten, denen spezielle Dienste eben gebrauchen können. Wie gesagt, unter Linux Mint und unter Ubuntu ist dieser Ordner in der Regel leer. Der nächste Ordner ist der Temp-Ordner. Das Temp-Verzeichnis ist genau das, was man auch ahnt. Hier speichern Programme und Dienste temporär Daten, die dann zum Beispiel nach dem Neustart wieder gelöscht werden. Hier links im Terminal sieht man, dass das Temp entsprechend grün markiert ist. Das liegt daran, dass dieses Temp-Verzeichnis auch eine spezielle Eigenschaft hat und zwar enthält das Temp-Verzeichnis ein sogenanntes Sticky-Bit. Sticky-Bit bedeutet, dass Programme oder Nutzer, die hier Dateien erstellen, auch nur selber Zugriff auf diese Dateien haben dürfen. So wird verhindert, dass temporäre Dateien, die gerade in Nutzung sind, durch irgendwelche anderen Dienste oder Programme einfach so gelöscht werden. USR-User Das User-Verzeichnis war ursprünglich, wie vorhin schon erwähnt, auch das Verzeichnis, wo die Nutzerdaten gespeichert wurden. Mittlerweile ist die englische Abkürzung Unix System Resources und hier werden im Prinzip alle installierten Programme abgespeichert. User-Bin zum Beispiel ist quasi dasselbe wie der BIN-Ordner oder entspricht sogar dem normalen BIN-Ordner im Root-Verzeichnis. Da für die Deinstallation und auch Installation von Programmen ein Paketverwaltungsprogramm zuständig ist, sollte man dieses gesamte Verzeichnis hier unangetastet lassen, denn das ist quasi automatisch verwaltet durch die Paketverwaltung. Ein kleiner Unterschied ist der User-Local. Hier kann man nämlich Dateien oder Programme selber kompilieren und installieren, die eben nicht von der Paketverwaltung angetastet werden. Ansonsten befinden sich hier einige Spieldateien oder auch Header-Dateien für C-Bibliotheken. Das ist durchaus für Programmierer ziemlich interessant. So wie User-Share. Und Share sind Anwendungen, die mit anderen Distributionen oder mit anderen Systemen einfach geteilt werden können. Unter User-Share-Backgrounds befinden sich zum Beispiel die Hintergrundbilder. Unter User-Share-Man befinden sich zum Beispiel auch die Man-Pages, also die Handbücher quasi. Und unter User-Share-Applications, ich scrolle nochmal nach oben, hier befinden sich alle Programmstarter, die wir hier unten im Hauptmenü finden. Und der letzte Ordner ist Var. Var steht für Variabel. Das heißt, hier sind Daten und Ordner drin, die sich während der Laufzeitvariabel ändern. Das sind ganz im Besonderen halt Log-Dateien oder nochmal spezielle temporäre Dateien. Ebenso findet sich unter Spool die Drucker-Warteschlange. Und das war's auch schon. Das waren im Prinzip so die wichtigsten Ordner in der gesamten Verzeichnisstruktur. Und wenn du noch weiteres über die einzelnen Ordner wissen möchtest, gibt es dazu sogar eine Man-Page, die man in jedem Betriebssystem einfach aufrufen kann. Und zwar im Terminal unter Man und Hier. Also hier steht in dem Falle für Hierarchie oder Hierarchie. Unter diesen Man-Pages kann man sich alle Systemordner noch einmal durchlesen, was sie denn bedeuten, was sie denn genau machen. Leider nur auf Englisch. Aber es ist sehr kurz und knackig und sehr einfach zu lesen. Ich kann empfehlen, einfach mal einen Blick in die Man-Pages von hier einen Blick reinzuwerfen. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß und was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ imp tactics ist,